herzlich willkommen bei unboxing and eat ja es ist wieder mal eine zeit gekommen wo ich sage ich muss etwas verändern ich muss etwas probieren und nein ich werde nicht von herstellern gesponsert ich besorge mir meine sachen selber und das aus gutem grund heute möchte ich mal das a13 5g präsentieren wie gesagt ich bin nicht telefonsüchtig und das ganze damit es auch mal geklärt wird mal aus das ist die hülle dann hätten wir da noch etwas ja starter paket brauche ich nicht typ cfc muss klar sein ladegerät ist kannst dabei ja und hier sie mit schick tool sollte man auch nicht vergessen hier haben wir das gute stück es ist wie gesagt die 5g variante es gibt auch eine lte variante ja wir haben hier die version 464 wenn ich mich nicht verschaut habe und 3er slot ist immer gut aber muss schon bei sind kann ich ja die dazu gekauft die hülle einmal ausprobieren ja sitzt perfekt angegossen ja leute ich wünsche viel spaß mit dem video aber das video wird erst demnächst mal kommen nicht heuer sondern so 2024 herum und ich wünsche viel spaß und das muss man mit einem noch Augen nach oben